Hallo, ich bin die Nicole und ich bin die Aicha. Wir machen heute eine Challenge. Schaut mal, wir haben hier Gel und Slime. Ich habe hier eine Schachtel mit Spielsachen drin. Die kommen in den Slime. Dann verbinden wir Aicha die Augen und sie muss erfüllen, was das für Spielsachen sind. Aicha, jetzt geht's los. Das ist alles so glitzig. Ja, das sieht auch witzig aus. Was ist das? Aicha, ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Das ist etwas, das im Wasser zu finden ist. Hm. Ist das ein Boot? Ja. Wie das aussieht. Aicha hat noch was gefunden. Ich glaube, ich weiß das. Was ist das? Ich bin mir nicht so sicher. Ist das ein Kampf? Ja. Das ging aber schnell. Oh, ist der glitschig. Ich... Ist... Ähm, warte. Was ist das? Ist das ein Topf vielleicht? Fast. Ähm... Hm. Ein anderes Wort für Topf? Ähm... Ich weiß es nicht. Ähm... Hey, ist das eine Pfanne? Ja. Gliber, glibber. Okay, weiter. Ähm... Das ist ein bisschen schwieriger jetzt. Benutzt man das beim Kuchen machen? Ja, auch. Ähm... Ich kann es gar nicht festhalten. Ist das ein Teigroller? Richtig, Aicha. Du bist echt gut. Ach... Ist das eine Sauerei. Okay. Das nächste... Das ist leicht, oder? Ich denke schon. Richtig. Ein Arm reif. Ich nehme ihn mal. Ähm... Aicha, ein Spielzeug ist noch drin. Oh. Hm... Wo ist das Spielzeug? Ach, hier habe ich es. Oh. Das ist schwierig. Ich bin gespannt, ob Aicha das weiß. Ähm... Das... Ich glaube, das ist so eine Figur. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Ja, es ist eine Figur. Es ist ein Superheld. Ich gebe dir noch einen Tipp. Er ist blau. Ähm... Und der gehört zu einem Team, wo noch zwei andere Superhelden dabei sind. Ah, warte, ich weiß es aber... Warte... Ähm... Ähm... Ist das Gecko? Nein. Dann ist es Catboy. Richtig! Du hast alle Spielzeuge gefunden. Jetzt bist du dran! Alles klar! Du kannst anfangen! Alles klar. Was ist das denn für glibberiges Zeug? Ich glaube, ich habe was. Warte mal. Fühlt sich wirklich witzig an. Was ist das? Was ist das denn? Ich würde sagen, ein Stuhl, aber da sind ja nur zwei Beine. Oh je, habe ich es jetzt kaputt gemacht? Habe ich es kaputt gemacht, Alter? Oh nein. Jetzt, oh je. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das ist. Das war eigentlich richtig. Ja, und wo sind die anderen hier bei? Die anderen beiden? Ich bin hier eh nur verloren gegangen. Ach so. Oh, okay, warte, ich suche die mal. Oder weißt du was? Ich suche die spät. Ja. Hier, wie du das mal ansprichst. Ich liebe dich. Habe ich auch noch das Spielzeug kaputt gemacht. Ah, ich habe was. Was ist das denn? Ah. Eine Brille. Stimmt's? Ja. Ah, ich habe was. Ach, Jemini, was ist das denn? Das ist das Schwierigste. Ach, Jemini, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Hierum gehört das denn überhaupt? So? Nein, andersrum. Oder so? Nein, andersrum. Andersrum. So? Ja. Okay. Das ist wirklich schwierig. Gib mir mal ein Teamweitschern. Ist das ein Eis? Nein. Die Waffel hier, die Waffel und das ist die Eiskugel? Kann man das essen? Nein, nein. Nein? Das gehört zu Barbie. Ah, Barbie-Spielzeug. Ja. Das riecht immer irgendwie. Ist das so nicht gut. Parfüm? Nein. Ah. Sind das hier Blumen? So kleine Blümchen? Ja. Dann ist das eine Blumenvase. Ja. Mit Blumen drin. Ah, das war wirklich schwierig. Du bist echt gemein. Hier, nimm mal, Aisha. Aisha hat alle Spielzeuge erkannt. Ich hoffe, dass ich das auch schaffe. Ah, ich habe was. Ach Gott. Kleber, Kleber. Was soll das denn sein? Das ist was Leichtes. Was Leichtes? Was hat hier ein Loch? Was kann man denn da reinstecken? Und was soll das hier sein? Dreieck. Ich glaube, ich weiß es. Das ist der Kopf. Ja. Hier das Schwänzchen. Das ist eine Ente. Ja. Richtig. Zum Glück war es diesmal einfacher. Aisha, wie viele Spielzeuge muss ich denn noch finden? Noch zwei. Noch zwei, alles klar. Ah, ich habe was. Ich habe was. Ich habe was. Ich habe was. Arme. Beine. Ups. An den Kopf. Ein Püppchen, oder? Ja. Vielleicht von den Shopkins eins? Shopkins-Püppchen? Nein. Piniepon? Nein. Das sind auch viele Kübchen. Das ist neu rausgekommen. Ah, lol. Ja. Fühlt sich gut an. Tada. Ich glaube, das sind die Beine vom Stuhl. Ja. Ich hoffe, das kann man wieder reparieren. Hoffentlich habe ich den Stuhl nicht kaputt gemacht. Das kann man schon reparieren. Ich glaube, ich habe was. Ah. Ich glaube, ich habe das schon mal gehört. In einem Video mit dir und mit Rose. Das ist eine Rasse. Ja. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Alcha, du musst mir auf jeden Fall ein Tuch geben, damit ich hier mal... Ja. ...mein bisschen glibberiges... ...auch was sauberes Zeug wegbekomme. Hier. Dankeschön. Alcha, das hat wirklich Spaß gemacht. Alcha, lass uns schon bald wieder eine Challenge machen. Ja. Was für Challenge soll wir machen? Schreib uns in die Kommentare. Tschüss. 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 Tschüss.